Es ist schon lange höchste Zeit umzudenken, wenn wir unseren Kindern eine Welt hinterlassen wollen, in der sie nicht nur leben müssen, sondern auch gerne leben wollen. Die Energiesparmesse Wels ist seit 35 Jahren die Messe für Visionäre, Um- und Querdenker, für erneuerbare Energien, Energieeffizienz und für nachhaltiges und innovatives Bauen. Aber Energie zu sparen reicht heute nicht mehr. Heute bauen wir unsere Zukunft neu. Und die WeBuild wird Dreh- und Angepunkt dieser Bewegung, dieses Umdenkens. Denn auch in einer digitalen Zukunft gibt es Dinge, deren Wert man erst erkennt, wenn man sie in echt erlebt. Darum ist die WeBuild mehr als eine Messe. Sie ist ein Bekenntnis zu Fortschritt, Innovation und einer lebenswerten Zukunft. Und eine Einladung an alle Menschen, die unsere Umwelt reflektiert wahrnehmen, etwas verändern, beitragen und aktiv mitgestalten wollen. Sie ist die Plattform, auf der Trends mit Zukunftssicherheit erlebbar werden. Auf der für die Vision einer besseren Zukunft mit Innovation gearbeitet wird. Sie ist die Leitmesse für Top-Brands und Start-ups. Treffpunkt für Fachkräfte und Menschen, die ihr Know-how erweitern und sich Einblicke und Ausblicke verschaffen möchten. WeBuild ist der Beginn einer besseren Zukunft, einer lebenswerten Zukunft, einer innovativen und nachhaltigen Zukunft. Eine Plattform, diese Zukunft real erleben zu können. Was immer du baust, es wird eines Tages dein Vermächtnis sein. WeBuild – Energiesparmesse Wels. Unsere Zukunft baust du. Und – difficelt uns eure Lebens pressen. Wir souvenirs können uns auch Palen im». Wir werden uns dann hier cheerful und einfach die Überras sind. Wir wollen die Gedanken zu uns für die Zw иг lighthouse sein. Wir wollen nicht sicher gar nicht mehr Zeit.